Was war das? Ich habe nichts gehört. Wie geht es sowas? Ich muss ja mal anziehen. Achso? Das ist kaputt. Aber das wird dann... Der hat keinen Ball. Keine Ahnung. Wollen wir hoch zu der Loot-Hütte? Zu der Hütte, ja komm. Wollen wir hoch zu der Loot-Hütte? Ja komm. Vielleicht kommt da ja uns einer von rechts noch entgegen ran. Da hinten ist ja auch der Sporn. Am Zaun so. Am Zaun so. Gibt zwei Kisten, kann jeder looten. Da hinten ist ja auch der Sporn. Da hinten ist leer. Das Tracking. Was? Da oben. Da oben. Da oben. Nein nimm mit. Ich kann nicht weghauen die Scheiße. So. Wo wollen wir hin? Du musst ja Skefs töten oder? Ich muss Skefs töten. Also hier Richtung Bunker vielleicht. Aber eh, ne oder? Hast du den? Ich bin kurz mit der Maus abgerutscht. So. Jetzt ist er weggerannt oder? Auf dem Dach. Auf dem Berg ist noch einer. Ja. Okay. Der ist geschüchter. Okay, dann muss er den anderen pushen da unten. Der muss ich den anderen pushen. Der wird sich jetzt schön verstecken. Mhm. Der ist tot. Der ist tot. Ja. Okay. Dann könnte man. Zum LKW. Dann könnte man. Zum LKW ja. Und dann rüber zum. Zum. Zum Wasser. Genau. Ja. Oh oh oh. Von hinten. Ne von rechts. Also von. Äh vom Ressort aus. Von dem. Achso. Vom. Sag schon. Vom. Mühlplatz nennst du es glaube ich. Achso. Von dort ja. Mhm. Hatte ich das Gefühl das von da kommt. Mir kam es fast vor wie von vorn. Vom Bunker aber. Das kann glaube ich auch nicht sein oder? Zum Schallen. Ne es ist. Also die Schüsse. Ich habe nur die Schüsse gehört. Die kamen von. Wie erst gesehen rechts. Aber ich bin zurückgerannt also. Mhm. Wollen wir. Rüberspringen. Ja. Oder willst du rübersprinten? Nee. Nee. Er kann ja nur dort an der. An der Felsenecke dort hier hangen haben. Du hast gesagt aggressiv was. Vorgehen. Ja. Das ist ja vorgenommen. Hahaha. Den hat doch VW laut was das hier ist. Von vorne. Von Dings geschossen. Von vorn. Wollen wir hier oben. Schrottplatz rennen? Ja. 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 Das waren zwei Skeps. Oh scheiße. Die habe ich direkt geknallt aber. Das ist nicht so schlimm. Aber auf wen haben die geschossen vorher? Ja. Ja. Auf den Spieler. Der war aber auf der anderen Seite drüben. Wollen wir aufs andere Grundstück gucken? Ja. Oh alter habe ich mich jetzt erschrocken. Oh. Was denn jetzt? Ich habe äh. Oh. Das Gewächshausglas. Aha. Ja. Eingestoßen. Oh alter. Oh ich habe den Autoschlüssel mit. Für den SMW oder wie das heißt. Dieses blaue Sportwagen der hier vorne steht. Da können wir mal rein. Achso. Das habe ich noch nie gemacht. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Äppel. Boah. Wer war denn das immer da, dass ich was krieg? Es ist gar nicht nur die Schwaben, ne? Ne. Das war doch immer hier so Musikantenstattelzüb. Okay. Das darfst du jetzt nicht. Aber wie hieß denn da? Es ist überhaupt nicht los. Hier ist kein Schwein. Hm. Doch. Da unten. Am Bus. Hinter dem Bus. Auf der Straße. Oh. Er hat mich entdeckt. Alter. Der Idiot. Dort. Ich sinkhole. Der. Alter. Wo ist der? So. Plus. Der war unten am LKW noch. Ey. Mich hat doch jetzt etwa ein Skeff weggemacht. Ist das gut? Ja. Na klar. Voll in die Fresse geschossen. Ah. Ey. Kriegskotzen. Skeff. Na klar. Am Arsch. Oh. Hab ich auch. Nicht der Ernst. Hä? Wirdst du mich ver... Backshot. 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 Alter. Willst du mich verarschen? Ja. Bei mir auch. Oh du siehst doch nicht. Auf wieviel Meter. Ja. Ey. Der war da unten an dieser Drecks Tanke. Alter. Und deswegen hatte ich gedacht du bist vielleicht dort an dem... Die haben ja noch sowas. Kommen wir hier hoch. Die sind Skeffs. Die haben ja noch sowas wie ein Fahrerhaus da vorne. Also diese Kapitäns... Also die Brücke sozusagen. Genau. Und ich dachte du bist da drinnen. Bist da reingerannt. Weil du ein Spielervorteil kommen gesehen hast. Ja. Fein Skeff da. Und dann looten wir ein bisschen. Ja. Oh. Du hast recht. Was? Jetzt hab ich den Donner auch gehört. Okay. Ich hab bis jetzt noch hingehört wieder. So wollen wir erstmal Vaseline nehmen. Nicht dass draußen jemand... Was? Du hast keinen gehört? Das hat doch grad gedonnert. Ich hab grad keinen gehört. Nur vor uns im Donner. Also im Ladenbereich. Achso. Ey. Das ist ja komisch. Wieso hast du jetzt den Donner nicht gehört? Keine Ahnung. War übrigens der Weltuntergang. Dann können wir nochmal zum Kran gucken. Mhm. Ich hab mich ganz halt schon so ein bisschen hingelinzt. Okay. 46. Es könnten noch welche aus der Richtung auf uns zukommen. Was ist das? Ist das genau? Ein Ressort. Mhm. Aber manchmal ist das so... Manchmal hörst du das laut. Und manchmal hörst du das leise. Also es ist irgendwie... Nicht konstant. Guck. 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 Alter. Ja. Da ist eh noch so eine super... Ja. Ja. Ich hatte auch noch Singlefire eingestellt. Alter. Scheiße. Alter hab ich mich erschrocken. Aber dem hab ich gleich einen Headshot gedrückt. Dem Hund. Super. Nur zum Glück, weil... Hm. Der eh eine Kugel die war... Ja. Richtig. Die hat gereicht. Er hat ins Ziel getroffen. Alter. Später. Vor allen Dingen. Ich renne dorthin. Und... War wieder im Gedanken. Irgendwie gerade. So. Dachte mir. Kein Scaf hier. Und so. Raus war ein Hedgling. Hatte bloß ne Mosin dabei. Hm. Sonst keine Panzerung oder was? Oh. Ich hab ihm ja eh gleich in den Schädel geschossen. Hat ja nichts mit mir geholfen. Hat er gut gemacht, dass er nichts dabei hatte. Boah. Jetzt hat's auch... Hast du das jetzt gehört? Nee. Was? Gibt's doch gar nicht. Es hat geblitzt, übelst und gedonnert. Wieso hörst du das nicht? Ich hör mir nicht. Das kann doch ja nicht sein. Ich hab gedacht, ich hab gedonnert. Spielst du anderes Spiel? Ja. Schöner Lärm her. Ja. Herüber. Was zieht da rüber? Der Lärm. 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 Von Granaten. Achso. Ja. Boah. Granaten. Kein Sliperskev. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht hinter dem Simps noch ist. Mhm. Suchst du gerade Hochdeutsch zu reden, Mensch? Ja. Na, deutlich sozusagen. Nenn das deutlich. Weil ich hab's ja akustisch nicht verstanden. Genau. Jetzt hat's wieder gedonnert bei mir. Hast du den Boden gegessen? Ey, Beutel. Ganz komisch, Alter. Bei mir donnert's und Benji hört's nicht. Es donnert nicht bei ihm. Ja, und dann donnert's bei mir und dann er hört's nicht. Ja. Ganz komischer Kacke. Ach, du hast ja einen Schlüssel mit. Geil. Warte, ich will das mal schnell. Ja. Ja. Ganz komischer Kacke. Ach, du hast ja einen Schlüssel mit. Komischer Kacke. Leer. Kurz ab. Alter, was hab ich für einen Schlüssel hier gefunden? Ein 213, den kenn ich noch gar nicht. BT-Munition. Muss ich mal ablegen hier. Wir können noch mal zur Tanke gucken. Hier unseren alten, bewährten Weg. Mach mal. Ne, eigentlich... Oh, der Weg war scheiße eigentlich. Ich geh da nicht mal so nah hin. Nein. Äh... Die Schrott finden den Scaven, ne? Ja, ja. Du kannst gerne gucken. Ich bleib hier. Ich halte unseren Rücken frei. Das ist sehr nett für mich. Gut, dann rennst du rüber. Scaven Island dann. Und ich bleib auf der Seite hier und geb der Rückendeckung. Nicht, dass einer auf die Idee kommt. Ja. Hier nachzurennen. Ne, oder zu warten, bis du zurückkommst. Mhm. Hast du jetzt auch bei dir eine Tonveränderung gehabt? Bei mir ist es jetzt lauter geworden. Genau dasselbe ist bei mir auch gerade passiert. Es wurde gerade deutlich lauter. Das habe ich öfters mal. Ich finde es irgendwie... Also war deutlich lauter. Ob das immer so... Wenn das irgendwie so Tag-Nacht-Wechsel ist? Keine Ahnung. Oh! Was war das? Ich hab nichts gehört. Hä? Wie geht sowas? Das hat sich angehört, als ob einer... Follow geklickt hat bei Twitch. Aber ich streame doch nicht. Hm. Was war das denn jetzt, Alter? Boah, Alter, ich bin erschrocken. Haha, scheiße. Komisch, komm zurück. Mhm. Macht einen Lärm, ey. Ich höre nichts. Jetzt. Oh, ich hab Schüsse gehört, Alter. Oh, hier kommt... Oh, 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 oh. Das ist ein Spieler. Wo? Wo? Unten am Wasser. Unten am Wasser. Hm. Dass ich mich gesehen habe. Ist er am Boot schon? Der ist meine Richtung gerannt. Ja, der ist da. Der kommt öffentlich zu. Ist er schon drüben? Entschuldigung. Achso, du. Du machst das, Alter. Der ist weiter rechts. Der ist weiter rechts. Oh, nein. Oh, ich hab dich erschossen, Alter. Oh, nein. Oh, nein. Oh, weiter rechts. Scheiße. Von dir ausgesehen. Ich dachte, du bist noch auf dem Boot, Alter. Oh, nein. Ich hab mich gefreut, dass ich ihn so schön weggemacht habe. Oh, ist das zu kotzen. Alter. Oh, Scheiße. Hättest du sagen können, nee. Da kommt vom Tunnel hinten. Mit rechts und links kann nichts anfangen. Ja, ja. Das stimmt. Ey, das ist absolut gut. Ja, das muss nicht sein. Wir müssen echt präziser werden. Ein bisschen. So, von rechts und links. Das ist ja, ja. Weiß ich nicht. Sagst du das jetzt von deiner Richtung aus oder von meiner? Einfach sagen. Das kann ja auch zwei Richtung sein, ja. Von Tunnel. Zack. Da weiß ich, wo ich hingucken muss.